Warte, wir gehen bei Neuigkeiten. Einer hat 5-Stellen, es geht zu einer 5-Stellen-Weekfoot. Halt deine Fresse, Jungs. Haltet eure Fresse, bitte lade doch. Jungs, ich will das Team sehen. Hier, Jungs, ist da. Das Team ist da. Was hat Ressus für eine Karte? Adama Traore, okay, Tote schießen aber. Claude Maurice, oh mein Gott. Mbappu, ich hasse Mbappu. Jedes Jahr kommt Mbappu. Kunde auch, ey, Kunde. Warum hat Kunde eine Karte bekommen? Er wird die... Ey, Chat, ich predikte es jetzt. Kunde wird die beste Karte sein. Kunde wird die beste Karte sein. Der beste IV im Game. Ich predikte es jetzt. Bester IV im Spiel, Kunde. Ehrlich. Mit Ressus kannst du Neuigkeiten nehmen. Ja, aber Neuigkeiten will ich gar nicht haben. Das ist das Ding. Aber M, warte. Ey, warte, Chat. Chat, warte. Ey, diese Brasilianen sind doch verrückt. Chat, guck mal. 4-3-3. Guck mal so. Winnie. Sturm. Hier, guck mal, R9. R9 und Ressus gleiche Karte, Digga. Ich mein's ernst. So, Ressus. Und hier kommt Nerysen. So. Chat, guck mal, die sind offensiv. Bro, Test-Lesswer, Ressus-Inform, wegen dem Körper und so. Ja, stimmt. Ressus-Inform kannst du eigentlich testen. Los, guck mal bitte, die sind offensiv. Aber, ey, diese offensiv sind richtig lecker aus. Fynn mal, da hätte ich noch so 1,5 Millionen, 1,7 Millionen. Graven-Berche, Agler-Fico. Wir machen mal hier ein Team, offensiv. So, Graven-Berche hier. Wo, wo, so, rechts, Chat. So. Dann, Kante. Ne. Der, der Best-Excel in-Game. So. Varan. Hab ich alles im Verein. Dann natürlich mal Dini. Für meine Information krass. Aber als Achter, wenn die Bordel, oder? So, Torwart. Wenn wir Alisson einfach. Wenn wir Alisson einfach. Okay, Chat. Aktuell sieht's gut aus. Wir hätten noch 1,7 Millionen. Wen kann man holen für 1,7 Millionen Offensivspieler, Chat? Wen kann man holen für 1,7 Millionen Ikone am besten? Bekomme ich alle seine Skills Upgrade, Bro? Check das eventlich. Ne, also die einen Karten, die roten bekommen Skills Upgrade. Die blauen Karten bekommen. Äh, Weakfoot. Warte mal. Wir gehen auf die Alcance. Kaka? Ne, Chat so. Einen krassen. Egal, welche Ikone. Kein Brasilianer. Nein, Jungs. Hast du R9, Digger? Scheiße, ich Geld. Spiel Kylian und Jesus. Ja. Boah. Ey, boah. Ne, das geht aber nicht, Chat, oder? Kylian und Jesus. Ey, wie kann ich MAP noch einbauen, Jungs? MAP. Ey. Aber Winnie ist Off-Camp. Kein Ding. MAP, Amavi. Aber das, guck mal, das kann ich machen, ne? Amavi, ne? Oh, FIFA hat sich aufgehangen, oder, Chat? Ich kotze den Strahl, Chat. Farum ist der König. Nein, König ist der König. Bam, bam, Bicolo, Span, Gigolo. Ah! Digga, alles weg, Mann. Scheiße, ey, Digga. Komm, ich viel Mühe, ich mir gegeben habe. Ich heiße Dreckswichser. Jetzt kann ich alles hier von vorne bauen, Digga. So, Chat. Oder vertrau mir, E2 oder Puskas. Ne, ich will MAP haben, Jungs. Ich will MAP haben, wirklich. So, 4334 meinten jetzt alle. Alle meinten 4334. Ganze, Chat. Wenn das jetzt nicht klappt, ne? Da hab ich so eine Krawatte. So eine Krawatte. Aber ich bin schon krank. Chat, okay, was jetzt? Wo sind denn die Zauberer hier mit 4334? Was soll ich hier machen? Ja, jetzt seht ihr da, ne? Ja. Es sind nicht alle Full-Camp-Chats. Seid ihr nicht besoffen? Jungs, die sind nicht alle Full-Camp. Was mit Mondi, Mondi, Mondi? Ich schlag euch gleich. Was, Mondi? Ja, und jetzt? MAP Off-Camp. Hier. MAP Off-Camp. Soll ich euch mal nicht schauen? Kanti Off-Camp. Mondi Marquinhos. Was, Mondi Marquinhos? Ja, ja, guck mal. Stadt Varan Marquinhos. Hä? Hä? Geht das? Nein, Kanti ist Off-Camp, Chat. Off-Camp, was Off-Camp? Pack Varan raus, okay. Ich pack Varan raus, nur für euch. Varan ist raus. Hier. Kanti Off-Camp. Kanti soll auch On-Camp sein. Jetzt habt ihr den Salat. Was, Scheiß-Off-Camp-T? Einer schreibt in den Chat, Scheiß-Off-Camp-T. Wie, Scheiß-Off-Camp-T? Ihr gönnt mir nicht, ne? Seid mir ehrlich. Seid mir ehrlich. Ihr könnt mir Kanti nicht, ne? Das will ich doch auspacken. Ich mach den nicht raus. Kleine Tricking, Digga. Kanti bleibt da, wo er ist. Mir ist Scheiß-Egal. Ja, und, Chat, jetzt, was soll ich jetzt hier machen? 432, ich hab gar keine Ahnung, Digga. Französische Ikone rein oder nicht? 4334, äh, äh, 4334 ist das Beste, äh. Wie, 4334? Wo denn? Hä? Blom, IV. Ey, ey, ey. Kacke, schgeld. Kacke, schgeld. Pff. Kacke. Komm, Kacke, da raus. Ne, ich hab jetzt den Bus, wo ist Alexa, Digga? Wo ist Alexa? Warte. Alexa. Hallo? Scheiß auf Kanti, deine Glatze. Scheiß auf deine Glatze, Emre. Hä? Wie sieht's damit aus? Hä, Emre? Ich scheiß auf deine Glatze. Was willst du jetzt machen? Digga, Digga. Ja, DSAI mit Grafenberg. Seh ich aus wie Prinz Markus von Anhalter, dass ich mit Grafenberg und DSAI und so kaufen kann. Ich mach dir eine Glatze, Emre, Digga. Sag's dir. Waran rein, waran raus, waran. ZM, sie don, dann geht's, ey. Ich, 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 ich. Waran statt Makinos. Okay, Naruto Shinobi. Okay. Was jetzt? Du hast die ganze Sache noch schlimmer gemacht, Naruto Shinobi. Mach Cantona für ZM. Okay, ich mach Cantona für Grafenberg und ich mach Eusebio für Kante. Wie sieht's damit aus, hä? Eusebio für, okay, Eusebio Kante. Hä? Wie sieht's damit aus? Das besser? Boah, ein Verein, Team, ey, ihr seid so stressig. Ihr wollt, ihr wollt mir nicht mehr helfen. Ihr wollt mir gar nicht helfen. Warte, ich muss jetzt alleine hier rumtesten. Auf euch ist kein Verlass. Junge, ich muss so das Team bauen. Das war's für heute.